Wenn ich davon spreche, dass wir eine Krankenidentität eingenommen haben oder eine Armutsidentität, oder wenn ich davon erzähle, dann sage ich dir dies nicht deshalb, damit du dich schuldig fühlst, sondern dass du die Gelegenheit annimmst, deine Identität zu überprüfen. Es dreht sich niemals um Schuld. Es dreht sich darum zu erkennen, was wir aus uns machen und wie wir es machen. Und wenn ich eine falsche Identität eingenommen habe, dann kann ich mich entscheiden, diese zu wechseln. Denn ich habe sie eingenommen. Niemand anders tut das. Ich bin verantwortlich für die Identität, die ich angenommen habe. Das ist alles. Und so ist die Frage, möchtest du deine Identität überprüfen, die doch nur eine Illusion ist? Oder möchtest du weiterhin an deiner Identität festhalten? Das ist alles. Letztendlich kann man nur diese beiden Fragen stellen. Und anhand der Antwort, die du dir gibst, wird sich dein Leben weiterentwickeln. Und so ist es sehr hilfreich, sich immer wieder selbst zu überprüfen, an was halte ich denn fest? An welcher Identität halte ich mich noch fest? Gehen wir nochmals auf die Krankheitsidentität zurück, die offensichtlich sehr viel Schuld aufwirft. Es kann sein, dass du jetzt an einem Punkt bist, an dem die Diagnose, die du erhalten hast, Und die Krankheit, die deinen Körper befallen hat, dass du an einem Punkt bist, wo du weißt, dass du vielleicht bald stirbst. Und dann ist die Einladung da, diese Zeit zu nutzen, dich nicht mehr in Schuld aufzuhalten, nicht mehr darüber zu klagen, was dir geschehen ist, sondern wirklich nur noch die Vergebung hereinzubringen. Nur noch Vergebung zu praktizieren. Alle Schuld, alle Angst, jede Idee von, ich hätte etwas anders machen sollen, das alles mit dem Heiligen Geist zu betrachten. Ich möchte heute durch die Augen Christi schauen, damit all die Dinge gesegnet werden und in meinem Geist geheilt werden. Das ist unsere Aufgabe, egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden. Und es spielt keine Rolle, wo du gerade bist. Vielleicht läuft es bei dir gerade gut und du bist der Ansicht, es passt alles perfekt. Dennoch schau sanft auf dich und überprüfe, mit was du dich identifizierst. Und solange du noch eine Identifikation findest, solange bist du eingeladen, sind wir eingeladen zu vergeben. Denn als Christus sind wir nicht mehr in der Wahrnehmung eines persönlichen Selbst. Sondern wir finden uns in allem. Wir sind alles. Wir durchdringen alles. Ohne etwas benennen zu können oder zu müssen. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit der Wahrnehmung einer Krankheit, sondern mit dem Wahrnehmenden, solange wir noch Unterschiede wahrnehmen. Und der Wahrnehmende ist immer das Ego. Der Christus. Das Ego benutzt die Wahrnehmung, um zu urteilen und somit das Ego selbst zu bestätigen. Deshalb sind wir ja eingeladen, die Urteile aufzugeben und stattdessen zu vergeben, damit der Wahrnehmende immer mehr an seiner scheinbaren Macht verliert. Hast du den Wahrnehmenden überhaupt gefunden, von dem wir gestern gesprochen haben? Ich kann ihn immer noch nicht finden. Egal, wie sehr ich mich bemühe. Ich kann wohl Gedanken finden. Ich kann wohl Überzeugungen finden. Ich kann wohl eine Idee finden, dass ich Gottfried bin. Aber ich finde den Wahrnehmenden nicht. Ich kann wohl denjenigen finden, der nicht weiß, ob er hier lang soll oder da lang soll. Aber wo ist das wirklich? Gibt es das überhaupt, von dem wir denken, dass wir es sind? Vielleicht gibt es ja nur Gedanken und niemanden, überhaupt niemanden, der dieser Gedanke ist. Aber da wir uns mit den Gedanken identifizieren, mit den Überzeugungen, mit den Ideen, mit den Konzepten, glauben wir tatsächlich, diese Gedanken zu sein. Und so können wir uns immer wieder überprüfen, egal ob es sich um Krankheit dreht oder um einen Konflikt, in dem wir uns befinden oder um eine Situation, in der wir nicht wissen, wohin wir gehen sollen. Folge dem Weg, der dir bestimmt ist. Sage dir das immer wieder. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Dann musst du nicht mehr dem Weg folgen, von dem du glaubst, dass irgendjemand anderen, irgendjemand anders darüber bestimmen kann. Wir müssen dem Weg folgen, der uns bestimmt ist. Denn jeder hat in diesem Vergebungsplan eine ganz spezielle Rolle, die dir zugedacht ist. Und so kannst du nicht mehr auf die Welt hören, höre nicht mehr auf die Welt, was sie dir sagt, was du bist, was du tun sollst und was du machen sollst. Denn so lange identifizierst du dich mit einer falschen Idee deiner selbst. Das ist mir gerade vor kurzem passiert, da war eine, ja, es gab eine Person, die von mir, die geglaubt hat, ich müsste jetzt unbedingt dies und jenes tun, damit, ja, damit, damit es ihr besser geht. Und ich habe ein Nein gesagt. Und dann kamen noch Gedanken, wie wichtig das ist, dass ich jetzt komme und irgendwelche, ich sag's mal, Interviews mitmache und so weiter. Und ich spüre deutlich ein Nein. Mein Ego sagt, ja, mach das doch, dann kannst du und so weiter. Und ich spüre deutlich ein Nein. Ich kann nur dem Weg folgen, der mir bestimmt ist. Auch wenn sich das Ego, das heißt das persönliche Selbst, gebauchpinselt fühlt und geschmeichelt fühlt, wenn irgendwelche Worte kommen, wie wichtig das doch ist, was ich alles zu sagen hätte und so weiter. Und so kann ich einfach nur dem Weg folgen, der mir bestimmt ist. Und das bedeutet, ich sage der Welt, was ich bin. Und ich lasse mir nicht mehr von der Welt sagen, was ich zu sein habe. Bist du bereit, der Welt zu sagen, was du bist und nicht mehr auf sie zu hören und das Interesse daran zu verlieren, was andere über dich denken? Früher war ich sehr damit beschäftigt, mich danach zu richten, was andere Leute von mir glauben, was ich tun sollte und mich damit zu beschäftigen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann fühle ich mich nicht gut und wenn es ihnen gefällt, dann fühle ich mich besser, aber vielleicht auch nicht wirklich. Das wird alles enden, das muss alles vorbei sein. Sage du der Welt, was du bist. Und welche Worte könntest du finden? Mir fallen gerade die Worte ein, ich bin das lebendige Licht Gottes und ich lasse mich von diesem Licht führen. Und dieses Licht wird mir zeigen, wohin ich gehen soll, was ich sagen soll und was ich tun soll. Und das hat Kraft, das hat Energie, das hat Stärke. Alles andere ist nur der Beweis der eigenen Schwäche. Es ist nur der Beweis, dass ich mich weiterhin im Traum aufhalten möchte und mich sicher fühle. Ach, wenn ich doch wieder so tolle Bestätigung bekomme für das, was ich anscheinend zu sagen habe. Es wird enden und es muss enden. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass mir dies aufgezeigt wird. Und dann müssen wir uns nicht mehr damit beschäftigen, was ist oder was nicht ist, sondern wir beschäftigen uns nur noch mit der Kommunikation der inneren Quelle. Ich bin Licht und ich bin Licht und ich folge dem Licht. Ich möchte es nicht mehr selber wissen und ich verliere jedes Interesse daran, was die Welt glaubt, was ich zu tun hätte. Es ist völlig bedeutungslos. Und so bist auch du, die du eingeladen, dich nicht mehr an der Welt auszurichten, sondern vielleicht bist du an einem Punkt, jetzt angelangt, an dem du schon länger stehst. Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, von der du genau weißt, dass sie irgendwann getroffen wird, getroffen werden muss. Hab keine Angst mehr, Entscheidungen zu treffen, die scheinbar anderen nicht gefallen. Denn solange du anderen noch gefallen willst, solange bist du in der Manipulation des Egos. Und wer sich vom Ego manipulieren lässt, ist immer in der Schwäche. Er kann niemals durch die Schau Christi in diese Welt schauen. Niemals. Das ist unmöglich. Und das Ego manipuliert natürlich ständig. Es will ständig dieses haben und jenes nicht. Und es gibt einen wunderbaren Satz, der mich gefühlt das ganze Leben schon begleitet. Von Ron Smosamun. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke. Was ist, ist. Und was nicht ist, ist nicht. Was ist, ist bedeutet, ich bin im Frieden mit dem, was ist. Und ich beschäftige mich nicht mit dem, was nicht ist. Denn solange ich mich mit dem beschäftige, was nicht ist, solange beschäftige ich mich mit Illusionen und mache Illusionen wahr. und beschäftige mich ständig in einem Gedankenkarussell, das ich am Laufen halte. Das Kinderkarussell wird bewegt durch meine Gedanken. Und ich glaube, ich bin wichtig und ich glaube, ich finde dadurch eine Lösung. Die Lösung wird nur im Hier und Jetzt empfangen. Noch einmal, es gibt keine Zukunft. Es gibt keine Zukunft. Wenn das Drehbuch geschrieben ist, kann es keine Zukunft geben. Wenn du in einem Kinofilm sitzt, glaubst du zwar, es passiert etwas Zukünftiges in diesem Kinofilm, aber das ist nur die horizontale Denkweise. Der Film ist schon abgedreht. Und so sind wir hier, das, was jetzt ist, durch die Schau Christi zu betrachten, also das heißt, im Frieden zu betrachten, es zu segnen und mit dem, was nicht ist, sich nicht zu beschäftigen. Und dann wird die Lösung sich für uns, ja, die Lösung wird sich in jedem Augenblick zeigen und wir werden ein Gefühl, so möchte ich sagen, ein Gefühl dafür entwickeln, welche Entscheidung jetzt richtig ist. Und wir lassen uns auch nicht mehr schmeicheln. Ach ja, ich bin ja so wichtig. Ach ja, dies oder jenes könnte doch und dann. Nein, es ist vorbei. Dieses Spiel habe ich zu lange gespielt. Und du? Lass dich nicht mehr manipulieren. Solange du dich manipulieren lässt, manipulierst du. Dann manipulieren wir ständig in unseren Beziehungen. Aber Gottfried, ich manipuliere doch nicht. Ich bin doch so ein ehrlicher, guter Mensch. Ja, noch einmal, wer sich mit dem Ego identifiziert, ständig seinen Gedanken karussell bedient, der manipuliert die Beziehung. Und zwar soll die Beziehung dann so sein, wie du glaubst, dass sie richtig ist. Und jedes Mal, wenn du so denkst, leistest du einen Beitrag, dass die Beziehung endet. Dass sie sich auflöst. Dass sie zu Ende geht. Manipuliere nicht mehr. Manipuliere deine Krankheiten nicht mehr, deine Beziehungen, deine finanzielle Situation. Manipuliere dein Leben nicht mehr, um im Glauben, du könntest dadurch noch etwas erhalten. Lass von all den Dingen los und lass dich vom Licht führen. Das Licht weiß, was das Richtige für dich ist, wo du zu gehen hast und was du zu tun hast. Du und ich, wir wissen es nicht. Und das ist das Geschenk, das uns dieser Kurs überreicht. Das Geschenk der Selbstermächtigung. Denn jetzt ermächtigen wir uns. Jede Manipulation fällt von uns ab. Wenn ich mich in eine Situation begebe, von der ich weiß, dass ich manipuliert werde, manipuliere ich diese Situation, um irgendeinen Gewinn davon zu erhalten. Was für ein trauriges Spiel, stimmt's? Was für ein Kinderkarussell. Wo ist hier Selbstermächtigung? Hier können wir nur Krankheit, Trennung und Mangel erfahren. Hier können wir nur weitere Schmerzen auslösen, durch unsere Art zu manipulieren. Hinter einer wirklich schrecklichen Fratze. Ja, es muss so gesagt werden. Hinter einer Fratze der Angst. Hinter einer Maske des Angriffs. Wir sind jederzeit bereit, die Beziehung anzugreifen. Jederzeit bereit, die Welt anzugreifen. Deshalb Lass dir nicht mehr von der Welt sagen, was du bist. Denn solange manipulierst du, sage du der Welt, was du bist. Nicht in einer arroganten Haltung, nicht in einem alten Ego-Geschwafel, ich habe so viel erreicht und ich kann so viel tun, sondern in einer demütigen Haltung anzuerkennen, dass du das Licht Gottes bist. Ich spreche von einer demütigen Haltung. Von einer Haltung des Dienens und nicht mehr des Abwehrens. Von einer friedlichen Haltung, damit unsere Angriffe unsere Manipulation, unsere Art, auf die Welt zu schauen, endlich endet. Schauen wir mal die Lektion 349 an. Sie wird uns sicherlich noch mal Hinweise diesbezüglich geben. Heute lasse ich Christi Schau für mich auf alle Dinge blicken und beurteile sie nicht, sondern gebe stattdessen einem jeden ein Wunder der Liebe. So möchte ich denn alle Dinge, die ich sehe, befreien und ihnen die Freiheit, die ich suche, geben. Siehst du? Wir geben jedem die Freiheit, die wir suchen. Wir manipulieren nicht mehr. Und erst wenn wir allem und jedem die Freiheit geben, die wir suchen, sind wir frei. Denn so gehorche ich dem Gesetz der Liebe und gebe, was ich finden und mir zu eigen machen möchte. Es wird mir gegeben werden, weil ich es als die Gabe wählte, die ich geben will. Vater, deine Gaben sind mein. Eine jede, die ich annehme, gibt mir ein Wunder, das ich geben kann. Und indem ich gebe, wie ich empfangen möchte, lerne ich, dass deine heilenden Wunder mir gehören. Die Gaben Gottes sind immer nur Liebe und nicht endlose Gespräche, wie wir etwas zu tun haben, was wir uns zu unterlassen haben oder was der andere wieder nicht getan hat und hätte tun sollen. Die Gaben Gottes sind nur Liebe und in der Liebe sind wir still. Wir beginnen, diese Liebe zu repräsentieren und nicht davon zu reden. Ach, ich bin so liebevoll. Ach, ich bin so gut. Ach, ich kann so viel. Das ist alles Quatsch mit Soße. Bullshit. Es ist eine falsche Identität, die noch nicht untersucht wurde, solange wir uns auf diese Art und Weise glauben, dass wir dies sind. Es wurde nicht überprüft, aber es wird den ganzen Tag darüber geredet, über irgendeinen Blödsinn. Und die Gedanken drehen sich, die Gedanken drehen sich und so weiter. Und dann kann dir die Welt sagen, was du zu sein hast. Und dann glaubst du, jetzt bist du eine gute Ehefrau oder ein guter Ehemann, weil du jetzt so funktionierst, wie das Ego es will. Und da kannst du nie im Frieden sein. Lass heute die Christenschau auf alle Dinge blicken und beurteile sie nicht mehr. Das ist die Einladung, das ist die Praxis des Kurses im Wundern. Und dann werden wir die Gesetzmäßigkeit der Liebe erfahren. Und dann werden wir die Wunder erfahren, weil wir sie geben. Und noch einmal, das Wunder ist nicht, dass wir die Welt manipulieren und dadurch etwas Besonderes erreichen. Das Wunder wird immer hervorgerufen durch die Korrektur unseres Geistes. Durch unsere Bewusstwerdung dessen, was wir wahrhaftig sind. Wir sind nicht die Kranken. Wir sind nicht die Armen. Wir sind nicht die Beziehungsgestörten. Wir sind das Licht der Welt. Und wir wollen dieses Licht der Welt miteinander teilen und unser ständiges Gefasel endlich beenden. Es führt zu nichts, außer zur Trennung. Unser Vater kennt unsere Bedürfnisse. Er schenkt uns Gnade, um sie allesamt zu stillen. Und so vertrauen wir auf ihn, dass er uns Wunder sende, die Welt zu segnen und unseren Geist zu heilen, während wir zurückkehren zu ihm. Und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Solange wir nicht vertrauen, versuchen wir zu manipulieren. Und solange wir versuchen zu manipulieren, sind wir immer in Angst und bitten um ein Wunder, das uns schon längst gegeben wurde. Alle Gaben wurden uns gegeben. Danke Gott, du hast mir alles gegeben, ist genügt. Ich brauche nur noch zu empfangen. Ich habe keine bessere Idee. Hast du eine bessere Idee, das Leben sinnvoll zu gestalten? Packen wir die Geschenke unseres Schöpfers aus? Legen wir diese seltsame Maske ab, die wir uns selbst aufgesetzt haben? sagen wir der Welt, was wir sind. Und jetzt richten wir uns auf in diese Vertikale. in die Liebe, in den Frieden, der wir sind. Heute lasse ich Christi Schau für mich auf alle Dinge blicken und beurteile sie nicht mehr, sondern gebe stattdessen einem jeden ein Wunder der Liebe. und beurteile sie nicht mehr. und beurteile sie nicht mehr, sondern gebe ich nichts conflug isolieren, dass wir uns nicht mehr und wir uns selbst verrichten. wenn wir uns bezahlen. dass wir uns selbst Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020